Der Taliban-Kämpfer Sehe ich hier ganz allein, jeden Tag Schon zwölf Uhr, wie kann das sein, dass mich keiner hier mag Kindergarten ist aus, Unternehmen ihre Kinder mit nach aus Nur meine Mama hat wieder Besseres zu tun Sind hier voll abgepackt Neben Bandenschef Lurat Der, der meine teuren Wachsmahlstifte abgezogen hat Wir wollen mal schauen, was in der Welt geschehen Jetzt kommen die Nachrichten und zwar als Lied Your Lady, Your Lady, Your Lady Erst im Ein, jetzt im Schwein Wo wird Dioffin morgen sein? Die spanische Terrororganisation ETA legt die Waffen wieder Und es gibt eine Nagellack-Kollektion von Tini Frank Justin Bieber Über 1,50 Euro klettert der Bessie-Preis Holländer Hittie, so ein Preis Der Text ist natürlich rein fiktiv Erste Minute Sie sagt, dass sie gerade ihre Tage hat Aha Mein erstes Mal sollte zwar ordentlich Farbe in mein Leben bringen Aber doch nicht so Vierte Minute Sie will ans Werk Und was ist mit dem Kondom? Frage ich ängstlich Innere Sicherheit ist heutzutage schließlich ein wichtiges Thema Fünfte Minute Sie berührt mich irgendwo Jetzt haben wir eine Verhandlungsbasis Ich berühre sie auch irgendwo Sechste Minute Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin, das ist ja einfach Auweia, jetzt bin ich schon an dem Moment angekommen Auf den ich mein ganzes Leben lang gewartet habe Und dann fällt mir nichts besseres ein Als an Boris Becker zu denken Scheiß Werbung Hoffentlich komme ich nicht sofort Dann wäre es zwischen uns bestimmt vorbei Deswegen heißt es ja auch Wer zu früh kommt, dem bestraft das Leben Achte Minute Langsam wird es langweilig Vielleicht bin ich schwul Asexuell, so dumm ist Stimmt, könnte sein Delfine finde ich eigentlich ganz niedlich Tenth Minute Man, I'm so over sex right now But why am I thinking in English? Siebzehnte Minute Langweilig Wie könnte ich es schaffen Die Zeit hier doch noch irgendwie sinnvoll zu nutzen? Eigentlich passt das ganz gut Also sowieso länger keine Zeit mehr zum Nachdenken 21. Minute Wenn man sich mal klar macht, was man jetzt alles Cooles machen könnte Wird Zeit für eine Liste Was will ich noch erledigen? 22. Minute Mir fällt fast ein Ich frage, ob wir mal die Stellung wechseln können Ich würde die Welt gerne mal aus einer anderen Perspektive sehen In Deutschland mittlerweile kein Spiegelhaus mehr Es ist nicht mehr so kalt Der Schnee geht weg Doch oh Schreck Jetzt sind da Schlaglöcher im Asphalt Ich wäre so gern mit dir zusammen Doch ich komm nicht bei dir an Hab schon alles ausprobiert Mir sogar den Sack rasiert Du hast nen anderen Plan Willst mit dem Zug wegfahren Findest nicht zwar süß Doch sagst jetzt erstmal Tschüss Denn du sagst Du hast nen Brief bekommen Dein Leben hätte jetzt begonnen So ein Mangel wie ich Würd das nicht verstehen Denn du musst jetzt nach Hogwarts gehen Langsam kommst du auf die falsche Schiene Redenst von Harry, Ron und Termine Wir zwei lassen das lieber sein Denn du bist verliebt In Harry Potter, Trotter, Trotter Hey, hey, hey Du liebst Harry Potter, Trotter, Trotter Hey, 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 hey Ich denk das ist ein schlechter Witz Ist dir ne Narbe auf die Stirn geritzt Redenst von Rasse, Mord An so nem Gangster nach uns Voldemort Hast nen Zauber Spruch gelernt Dabei wohl dein Gehirn entfernt Sagst du ein bisschen Gryffindor Und dein Vorbild ist Dumbledore Denn du liebst Harry Potter, Trotter, Trotter Hey, hey, hey Denn du liebst Harry Potter, Trotter, Trotter Trotter, Trotter, Trotter Hey, 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 hey Auf einmal wird mir alles klar Kurz darauf lang bist du im LKH Und danach wirst du gefreit Ruf mich an und sagst Du wirst komplett gehakt Ich sag da nicht zu dir Doch du sagst Komm bitte nicht zu mir Hab kein Interesse mehr an dir Bin wieder verliebt In den Twilight Vampir Ey, 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 ey Twilight Vampir Twilight Vampir Dankeschön Ich hab hier nur ein bisschen gemacht Ja, 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 ja Wo bin ich nach? Andi Sauerwein wird oft gefragt Ob den Konsum nur sein Hobby war Deswegen hat er kein Geld für ein richtiges Auto Und fährt daher Hobbykar Und jetzt alle Ui, 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 ui Ui, 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 ui Äh, muss ich das jetzt auch noch machen oder was? Nein, einfach was singen Ich fand's toll heut Nacht Und ich weiß, dass Janina noch ne Rupe von mir hat Ui, 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 ui Und ich hab gelernt, wer klassische Volksmusik mag der dann als Joker für Ela versackt. Ich möchte gerne wissen, warum wurde er eben bei dem Publikumsspiel komplett beschissen? Ja. Mikro Rock auf Haus. Ich freue mich nur einmal an Informationen. Was? Und jetzt alle noch mal. So, meine Damen und Herren, das war die neue Show mit Nikos Demsbrot, Luke Modridge und Andy Sauerwein. Konneration der Fantastisch-Präschen-Halschen-Kraften, alle wollen! Vielen Dank.